Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen kleinen Tutorial. Naja, es wird etwas größer. Wir werden heute die wunderbare Welt des Wilderns erkunden. Das ist eine super spannende Sache und es ist mit fast jedem Garn machbar, mit fast jedem handgefärbten Garn und sogar manchmal mit Industriegarn, je nachdem wie sie gefärbt sind. Wenn sie keine Kringel bilden, dann sollten die auch zum Wildern zu bringen sein. Ihr seht hier zwei verschiedene Mützen. Diese beiden Mützen sind aus dem gleichen Garn gestrickt, aus dem gleichen Knäuel sogar. Hier haben wir eine Mütze, die eine Fläche ergibt, die eben schön dezent ist. Es sticht keine Farbe hervor, es ist insgesamt eben ein meliertes Bild. Und mit dem gleichen Garn habe ich es geschafft, eine Mütze zu stricken, die Farbflächen bildet, die richtig knallige Streifen hier durchzieht. Auf der Rückseite natürlich entsprechend auch. Die ziehen sich einmal hier ringsherum. Wildern ist keine schwere Technik eigentlich. Man muss nur ein bisschen üben, ein bisschen rechnen und ein bisschen zählen. Aber das werde ich euch jetzt alles nach und nach in Ruhe zeigen. Ich habe bei dieser Mütze hier 96 Maschen angeschlagen. Einfach, weil ich die schon mal gestrickt hatte. Das kann ich euch auch vorher schon mal zeigen. Vor dem letzten Winter habe ich diese hier gestrickt mit 96 Maschen. Das ist das gleiche Material und habe dann gesagt, okay, die passt mir. Da stricke ich jetzt einfach in genau der gleichen Größe nochmal eine. Und da war mir dann auch egal, wie die Farbe sich ergibt. Ich habe dann aber festgestellt, dass dieses Garn ja auch wunderbar wildern könnte. Deshalb habe ich noch eine zweite Mütze gestrickt. Ihr seht bei der ersten Mütze auch diese bildet Flächen. Die macht hier so lustige Zickzack-Hin-und-Her-Muster. Das Garn ist allerdings sehr wild. Deswegen habe ich mich da dagegen entschieden, darauf zu achten, ob es wildert oder nicht. Weil das eben so gefärbt ist, dass es mal wildert und dann mal auch nicht mehr. Ja, beide Garn in dem Fall sind von Strickellis bunter Wolle. Das verlinke ich euch natürlich auch unten drunter. Und dann zeige ich euch, wie ihr das Ganze zum Wildern bringt. Wir fangen an und zwar mit dem Garn, was ich benutzen kann, um eben wildernde Muster zu erzeugen. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr ein Garn aussucht, das Farbflächen schon im Strang hat, wenn ihr eben Strangwolle kauft. Bei Knäueln, da müsst ihr dann ein bisschen raten, ob das funktionieren könnte oder nicht. Viele von diesen Polyindustrie-Garn können das tatsächlich. Ich habe hier einen Strang, wo ich ziemlich sicher sagen kann, dass der nicht wildern wird. Das ist eine Merino-Sockenwolle vom Rosaladen. Und ihr seht, der hat keine wirklichen Farbflächen. Das sind überall Sprenkel. Da werdet ihr keine einheitlichen Flächen finden. Und ich habe diesen Strang jetzt auch einmal für euch, also den zweiten Strang davon, einmal auseinander gedreht. Und ihr seht, der ist wirklich bunt gefärbt. Wo an einer Stelle blau ist, ist an einer anderen Stelle dann lila-lila. Und gelb hat auf der Rückseite dann vielleicht einen grünen Ton. Und diesen Strang werdet ihr nicht zum Wildern bringen können. Da könnt ihr dann wunderbar Melete-Sachen draus machen. Nur Wildern wird der eben nicht. Der kann bestimmt auch lustige Farbflächen bilden, aber keine so unifarbenen Flächen. Dahingegen könnt ihr Stränge benutzen, wie dieses Beispiel hier von Trollys, handgefärbte Wolle. Es steht sogar extra bei einem Wild-Thing. Das heißt halt, dass es Wildern wird. Und dafür muss ich jetzt einmal den Strang mit euch zusammen öffnen. Fast jeder Handfärber färbt auch Garn, was ihr zum Wildern bringen könnt. Notfalls einfach mal nachfragen. Die wissen dann in der Regel schon Bescheid. Ausgedreht. Hoppala, sieht der Strang dann so aus. Das muss ich jetzt auch nochmal entfernen, das wird so nichts. Wenn ihr den jetzt euch hinlegt, ich muss ihn mal hier um die Ecke biegen, damit ihr das auch alles sehen könnt, seht ihr, dass zweimal die gleiche Farbe vorkommt. Das heißt, wir haben zwei Enden, die das Lila haben und wir haben zwei Enden, die das Gelb haben. Das ist sehr wichtig, dass wir einen Strang haben, der praktisch sich wiederholt an gegenüberliegenden Seiten. Zumindest bei kleineren Projekten wie Socken. Woran liegt das? Die Stranglänge muss ja erstmal einmal abgestrickt werden. Und wenn ihr einen Socken strickt, der eben einen sehr kleinen Umfang hat, dann kann es sein, dass ihr für eine Runde Socken stricken nur die Hälfte der Runde des Garns schafft. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn sich diese Farbe wiederholt, weil dann würde zum Beispiel diese Farbfläche beim Socken sein, dann strickt ihr einmal um den Socken rum und kommt dann aber erst hier wieder an und nicht die komplette Runde. Wenn ihr damit mit dem gleichen Garn eine Mütze strickt, habt ihr dann eben zwei gelbe Farbflächen. Also dann hättet ihr die praktisch gegenüber und dann eben lila und lila auch wieder gegenüber. Aber bei einem Socken ist es in der Regel so, dass es so besser wildern wird. Zwei gegenüberliegende Farbflächen. Ihr könnt den Strang ja auch in dem Fall eben genau anders falten. Also das geht immer. Ist egal, wie rum ihr das dreht und wendet. Hauptsache es sind insgesamt vier Farbabschnitte. Und dann funktioniert das auch. In diesem Fall sind es ja auch vier Farbabschnitte. Ich habe jetzt natürlich mit einer Mütze gearbeitet. Bei einem Socken würde diese gleiche Wolle höchstwahrscheinlich nicht wildern, beziehungsweise nur halb. Das würde bedeuten, wir haben zwei grüne Flächen. Die würden wahrscheinlich, wenn man in einem Socken strickt, aufeinandertreffen, wie ich euch das eben mit den Gelbtönen demonstriert habe. Die beiden würden dann eine Fläche bilden. Aber schwarz und blau würden dann in einem Socken immer aufeinander liegen. Das heißt, ihr hättet dann zwei grüne wildernde Flächen und eine Fläche, die eben sich aus diesen beiden Farben immer streifenweise abwechselnd zusammensitzt. Das ist bestimmt auch interessant, aber das ist ja nicht der Plan hiervon. Es gibt noch ein weiteres Garn, das ihr verwenden könntet. Gerade zum Beispiel für größere Projekte wie Pullover oder bei Mützen würde das wahrscheinlich auch hinkommen. Und zwar habe ich hier ein Garn. Das hat einen sehr kurzen Farbabschnitt in einer Farbe und einen sehr, sehr langen Farbabschnitt in einer anderen Farbe. Das heißt, das Schwarz in diesem Fall hier ist sehr, sehr lang. Das kommt vor bei manchen Garn. Das kann allerdings auch zum Bildern gebracht werden, allerdings sehr, sehr unwahrscheinlich bei Socken. Also das ist wirklich was, was ihr für Oberteile verwenden könnt. Und wenn ihr euch dieses Garn, das könnt ihr auch aus dem Knoll nehmen, praktisch wieder als Strang zurücklegt, dann seht ihr ja, dass dieses Garn immer wieder aufeinander trifft. Also das muss man dann eben anpassen. Also die Stellen finden. Und dann seht ihr hier, ihr habt einen relativ kurzen Abschnitt, der eben bunt ist und einen relativ langen Abschnitt, der schwarz ist. Und das würde zum Beispiel bei einer noch größeren Mütze wildern, dann hättet ihr eben ringsum schwarz und einen so einen bunten Streifen, der da irgendwie langläuft. Wenn ihr das bei der Socke macht, habt ihr immer bunte Kringel und dazwischen eben schwarz. Also das würde wahrscheinlich ähnlich wirken wie hier. Und bei einem Oberteil zum Beispiel könntet ihr auch schöne Wildermuster erzeugen. Wie bringe ich mein Garn zum Wildern? Dafür muss ich zunächst bestimmen, wie viele Maschen pro Farbe ich habe. Das ist bei jedem Garn wirklich unterschiedlich und es wird einfach getestet. Um das Garn jetzt zum Wildern zu bringen, müssen wir jetzt erstmal die Maschenzahl bestimmen, die jeder Farbabschnitt hat. Dafür nehmt ihr euer Garn und legt euch das einmal hin. Ihr könnt euch das im Kreis legen, in eine lange Linie, das ist eigentlich relativ egal. Ich muss das jetzt ja nur so hier hinlegen, damit ihr es auch sehen könnt. Ich beginne immer mit diesem ersten Grün, dann nehme ich das nächste Blau, dann kommt ein weiteres Grün und dann noch ein Grau. Dunkelgrau oder Schwarz. Und dann stelle ich fest, es fängt ja wieder mit Grün an. Das lege ich jetzt einfach mal auf das andere Grün drauf und ihr merkt jetzt, dass das Blau auf dem Blau folgt, das Grün wieder auf dem Grün und das Grau wieder auf dem Grau und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine ganz simple Sache. Ihr wisst jetzt also, welche Farben ihr habt. Diese vier Stück, die eben beieinander sind und jetzt fangen wir einfach an, zu zählen, wie viele Maschen wir brauchen. Dafür nehmen wir den Faden, verursachen möglichst keinen Fadensalat, legen diese beiden Mützen erst mal zur Seite und schlagen die Maschen an. Ihr braucht jetzt nicht die Maschenzahl eures Projektes zu nehmen. Das ist überhaupt gar nicht nötig in diesem Fall. Es reicht eine kleinere Maschenzahl. Ihr müsst nur daran denken, dass ihr in der gleichen Technik strickt, die ihr nachher auch in eurem Projekt habt. In meinem Fall ist das an der Runde gestrickt. Das heißt, wir werden auch jetzt hier in der Runde stricken. So, zählen. Drei, sechs, neun, zwölf, dreizehn, fünfezehn, fünfzehn. Jetzt wollte mich das Handy wecken und jetzt teile ich mir diese Maschen auf drei Nadeln auf, damit ich besser in der Runde stricken kann. Das ist, also ihr könnt auch 20, 25, 30, wie viel ihr halt machen wollt. Ich finde immer, es ist schön, wenn man so wenig Maschen wie möglich nimmt, dann sieht man eben, also kann man eben auch gut zählen und muss nicht ewig anschlagen, weil das macht ja auch keinen Spaß. Also mir zumindest nicht, anschlagen ist irgendwie immer das nötige Übel am Anfang. Ja, ihr legt das dann also praktisch in die Runde. Denkt daran, dass ihr nicht mit eurem Endfaden weiter strickt, sondern mit eurem neuen Faden und fangt dann eben an, in der Runde zu stricken. Das sieht jetzt ein bisschen friemelig aus, aber das wird gleich. Ihr strickt jetzt so lange, bis ihr den Beginn eurer ersten Farbe erreicht habt und ab dann zählt ihr mit. Das heißt, wir wollten mit dem Grün vor dem Blau beginnen und das kommt auch gleich nach dem Grau. Das heißt, wir bestricken jetzt erstmal bis dorthin. Wie man strickt, das könnt ihr ja auch überall nachlesen. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht zu erklären. Ja, ich muss mal kurz diesen Faden hier runterziehen, sonst hängt er uns immer am Weg. So. Versucht es so möglichst anzuschlagen, dass ihr nicht mehr ewig viel zu stricken habt, bis der Farbanfang beginnt, gerade bei größeren Projekten, wo die Stranglänge zum Beispiel größer ist und die dann eben andere Wilderflächen erwartet. Das ist nämlich auch das Problem. Es gibt unterschiedliche Stranglängen. Das wird euch aber euer Wolfhäber des Vertrauens dann schon sagen, beziehungsweise der wird sich dann auch informieren können. Ich zähle die Farben immer wirklich nach kompletten Farben. Das heißt, diese letzte Masche, die ich jetzt hier gerade gestrickt habe, die ist für mich noch eine graue Masche, weil der Anteil an Grau einfach höher ist. Und ab jetzt fange ich dann an zu zählen, wie viele Maschen ich in Grün stricke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Ihr werdet später sehen, dass ich für meine Mützen nur 15 Maschen in dieser Farbe hatte, aber dafür werden wir einfach mehrfach aneinander diese Runden dann stricken. Das zeige ich euch jetzt nicht im Video, das macht ihr dann aber praktisch. Also ihr strickt nicht nur einmal diesen Mustersatz durch, sondern am besten zwei bis drei Mal alle Farben, die ihr habt in eurem Projekt. Und jetzt geht es eben weiter mit dem Blau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreinundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechundzwanzig. Man könnte hier vielleicht auch 26,5 sagen, weil, ja, eine halbe Masche wird es noch ergeben, aber, wie gesagt, einfach mehrmals den Farbrapport stricken und den Mittelwert davon nehmen. Dann geht es weiter mit dem nächsten Grünton. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Und dann noch mit dem schwarzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreihundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig. Die nächste Masche, ihr könntet das ja auch noch als 26. zählen. Das ist immer so ein bisschen grenzwertig. Das werdet ihr dann beim Stricken einfach sehen, wie euch das besser passt, euch besser liegt. Und das würdet ihr jetzt einfach weiter wiederholen. Das heißt, ihr würdet jetzt erneut anfangen, die grünen Maschen zu zählen und die blauen und nochmal die grünen und die grauen und so weiter und so fort. Ruhig drei Musterwiederholungen lang. Wenn ihr Zeit und Lust habt, auch gerne mehr. Wichtig eben ist, dass ihr die richtige Nadelstärke nehmt, mit der ihr nachher auch das Projekt arbeitet. Es ist auch immer ein bisschen anders. Das heißt, ich habe jetzt hier pro Farbe immer ein bisschen mehr Maschen, als ich die bei den Mützen hatte. Einfach, weil die Mützen jetzt schon zwei Tage fertig sind und ich jetzt einfach eine ganz dezente Änderung in meiner Strickfestigkeit habe. Das heißt, ich stricke jetzt einfach ein bisschen fester und dann passt es besser. Das muss man auch immer bedenken. Also man sollte solche Projekte nicht zu lange liegen lassen, sonst muss man sehr, sehr an seiner Spannung arbeiten, damit man dasselbe Ergebnis erhält. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu Tipps, die ihr nutzen könnt, wenn ihr versucht, das zum Bild anzubringen und irgendwie klappt es nicht so ganz. Dann können wir jetzt mal gucken, was wir da für euch tun können. Da gibt es einige kleine Kniffe, die aber eigentlich ganz simpel sind. Und der erste Kniff, zu dem rate ich persönlich nicht, den empfehlen aber viele andere. Und zwar, nimm doch einfach mal irgendwo eine Masche zu und eine Masche ab, wenn es nicht ganz passt. Es kann immer mal sein, dass das Garn eben mal, dass der Strang an einer Stelle ein ganz bisschen länger ist und dann kommt es nicht mehr hin. Also hier zum Beispiel sticht es dann auf einmal heraus. Ich hatte hier auch eine Stelle, da war dann der Streifen grün sehr, sehr schmal. Ich persönlich halte aber nichts davon, dann anzufangen, besonders, also Maschen zu oder abzunehmen, weil ich einfach, dadurch, dass es glatt ist, ein sehr, sehr gleichmäßiges Strickbild habe. Und wenn ich hier irgendwo eine Masche abnehme, ich würde das sofort sehen. Das sieht vielleicht nicht jeder, aber ich würde es sehen und das würde mich stören. Deswegen rate ich euch tendenziell dazu, nicht irgendwie anzufangen, zusammen zu stricken und zu, ja, Maschen zu verdoppeln. Das würde ich nicht machen. Was ihr machen könnt, ist mal eine Reihe fester stricken oder lockerer. Das kann zum Beispiel passieren, hier seht ihr, dass die grünen Maschen ein bisschen in das graue Vorherige hereingereicht haben. Mich hat das jetzt persönlich nicht gestört. Auch hier zum Beispiel dasselbe. Wenn ihr das seht, dass das zu weit geht, dann könnt ihr das Stück wieder aufmachen und müsst dann ein ganz kleines bisschen lockerer stricken, dann würde diese Maschen nicht so weit zurückragen. Das bleibt aber jedem selbst überlassen, ob Ihnen das stört oder nicht. Mich stört es eben nicht. Außerdem möchte ich eben das gleichmäßige Bild erhalten. Andersrum natürlich genauso. Wenn ihr merkt, dass euer Garn viel zu früh zu Ende ist, das heißt zum Beispiel, das Blau würde jetzt bis hierhin reichen, dann müsst ihr hiervor wahrscheinlich sehr, sehr locker gestrickt haben, ribbelt diese paar Maschen und strickt diese fester, damit ihr wieder ungefähr bei der vorherigen Farbe herauskommt, und damit es dann eben insgesamt ein schönes Muster ergibt. Das wäre jetzt so mein Rat zu dem Zusammenhang. Dann erstmal grundsätzlich, wie kann ich herausfinden, ob das Garn, was ich hier habe, wildert, wenn ich nicht Maschen zählen will. Das ist eigentlich recht simpel. Ihr müsst nur auf die Neigung eurer Kringel achten. Ihr braucht jetzt nicht diese schwarze Farbe hier zu verfolgen und überlegen, ob welche Seite da jetzt höher ist. Ihr guckt einfach, in dem Fall einfach mal diese grünen Linien an und ihr seht, wenn ihr hier eine grüne Linie habt, dann ist die dort eine Reihe weiter oben und dort noch eine Reihe weiter oben. Das heißt, ihr habt eine Neigung, die, ich demonstriere euch das jetzt einfach mit der Stricknadel, so ist. Die ist jetzt in dem Fall natürlich sehr, sehr flach, aber prinzipiell neigen sich eure Maschen nach dort. Und wenn das der Fall ist, dann habt ihr einen besonders hohen Garnverbrauch pro Runde. Das heißt, ihr habt mehr Maschen, die ihr strickt und mehr Garn, die ihr verbraucht, als das Garn fürs Wildern eben hergeben würde. Das habe ich euch ja auch erklärt. Hier sind es insgesamt 96 Maschen, die ich verwendet habe. Das Garn wildert aber bei einer kleineren Maschenzahl. Das heißt, es wird automatisch passieren, dass euer Wildern das eigentlich eben senkrecht sein sollte. Er ist ein bisschen neigt und dann eben ins Extreme neigt. Irgendwann ist das kein Wildern mehr, weil diese Streifen, also dieser grüne Streifen, der müsste ja praktisch direkt über diesem liegen, tut er eben nicht, weil er zu stark zur Seite geneigt wurde. Das heißt, wenn ihr einen Socke strickt und ihr seht, ihr habt diese Neigung, dann habt ihr zu viele Maschen oder ein Muster, was zu viel Garn frisst. Das müsst ihr dann eben in dem jeweiligen Fall beurteilen. Es gibt aber auch den anderen Fall, und zwar, dass ihr jetzt praktisch hier einen grünen Balken hättet und dann hier direkt daneben dort einen. Dann hättet ihr die Neigung entsprechend so. Das würde auch funktionieren, und zwar kann das vorkommen, wenn ihr eine zu kleine Runde habt für euer Garn. Das heißt, es würde dann, ursprünglich wäre es so gewesen, und ihr habt aber immer viel mehr Garn, als ihr eigentlich zur Verfügung pro Farbabschnitt, als ihr pro Runde braucht. Und dementsprechend neigt sich dann euer Muster so. Das ist eigentlich ganz einfache Geometrie, aber man kommt halt nicht immer drauf. Ist das also der Fall, müsst ihr euch überlegen, was macht ihr jetzt. Ihr habt zwei Optionen, entweder mehr Maschen anschlagen, was bei Socken ja ganz häufig nicht in Frage kommt, weil sie dann einfach zu groß werden, oder ihr könnt euch überlegen, ein Muster zu verwenden, was mehr Garn frisst. Dazu gehören zum Beispiel Zopfmuster oder Hebemaschen. Und dann wird automatisch euer Bild sich immer weiter verschieben. Und vielleicht sagt ihr dann, okay, ich habe sonst 64 Maschen, ich brauche jetzt mal nur, ich brauche jetzt mal, nehme jetzt mal 68, die passen mir auch noch, die sind dann eben etwas weiter oder sowas. Ja, dann passt ihr eben auch die Maschenzahl an und vielleicht noch ein Muster, um dann insgesamt eine senkrechte Musterung hinzukriegen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt ja auch so diagonale Streifen machen, wie euch das eben am liebsten ist. In dem Fall habe ich ja hier nun auch nur große Kringel. Das sind zwar Farbflächen, aber es ist kein senkrechtes Wildern. Das liegt daran, dass meine Wolle auf 81 Maschen wildern würde. Das heißt, auf 81 Maschen, wenn ich jetzt das mal an den Grünen anlege, auf 81 Maschen würde dieses grüne Feld hier nach oben laufen, das Graue hier, dann wieder ein grünes und das Blaue würde praktisch dann auch hier enden. Das kann hübsch sein. Ich fand es jetzt für eine Mütze dann ein bisschen zu merkwürdig. Aber ja, das ist bestimmt auch hübsch in manchen Fällen. Ich habe hier halt gedacht, ich möchte die noch tragen und dann ist mir das mit den geraden Streifen war mir einfach ein bisschen too much. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Deswegen habe ich hier 84 Maschen genommen, das heißt etwas mehr Maschen, als ich pro Runde bräuchte. Und das heißt natürlich, dass mein Garn immer früher zu Ende ist, als es beim Wildern korrekt wäre. Und dadurch neigt sich mein Ende sozusagen von meinem Garn immer ein Stück nach dort. Ja, und dann habe ich insgesamt eben eine leichte Neigung. Aber eben nicht so extrem wie bei der zweiten Mütze, wo dann eben die Neigung so ist, sondern es ist halt eben schon so. Das könnt ihr natürlich noch flacher gestalten oder ganz gerade. Also 81 Maschen wäre plus minus gerade, je nachdem, wie gut es dann gefärbt ist. Und dann würde das immer weiter wandern. Diese Bezeichnung fürs Wildern gibt es auch im Englischen. Allerdings ist es da irgendwie nicht ganz so geläufig. Ihr habt vielleicht schon mal von dem Wort Plant Pooling gehört. Plant Pooling ist sozusagen die Planung von eurem Garn, wie es sich verhalten wird an einem Projekt und Plant Pooling ist, zumindest in Deutschland wird das eher für Stricken in Reihen benutzt, wo ihr dann eben Garner habt, deren Farben sich kreuzen. Und dadurch bilden sich Schachbrettmuster oder ja, so fast, das sieht halt fast aus wie gewebt. Wenn ihr allerdings in einer Runde strickt, könnt ihr ganz einfach mit dem gleichen Garn eben wilder Flächen erzeugen. Im Englischen gibt es halt dafür kein unterschiedliches Wort. Das heißt dann eben beides Pooling. Ich habe für euch auch ein kleines Programm hier nochmal als kleines Screen-Video. Dann könnt ihr sehen, wie das Ganze am Computer berechnet wird. Wenn ihr keine Lust habt, es eben selber abzuzählen und dann eben zu raten, welchen Winkel ihr haben möchtet, könnt ihr euch das auch ganz einfach mathematisch bestimmen lassen. Ihr müsst die Maschen zählen am Anfang, genauso wie ich euch das eben erläutert habe. Aber ihr könnt das dann einfach ins System werfen und dann gucken, was eure Gesamtmaschenanzahl für dieses Muster bedeutet. Das heißt, wenn ich das jetzt so da reingeworfen hätte und dann gesagt hätte, ich möchte, dass das wildert, ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt hier ausrechne oder ich bin zu faul, das auszurechnen, wie viele Maschen ich da jetzt brauche, dann nehmt ihr einfach diese Zahlen, die ihr hier immer ausgezählt habt und werft die einfach in dieses Programm rein und dann berechnet euch das alles. Und das zeige ich euch jetzt einmal kurz. Kommen wir nun zum Programm Plan Pooling. Ihr gebt das einfach www.planpooling.com in eurem Browser ein. Das erste Fenster, was sich öffnen wird, sieht dann ungefähr so aus. Ihr könnt hier die Farben bestimmen, das heißt, einfach den Cursor so lange bewegen, bis es passt. Natürlich heller, dunkler, je nachdem, was ihr eben braucht, euch aussuchen und das eben für beide Farben machen. Und hier könnt ihr dann die Maschenzahlen eingeben. Hier wird die gesamte Maschenzahl, die ihr für eine Reihe oder eine Runde eben benötigt, eingegeben. Wenn ihr weitere Farben braucht, könnt ihr die hier hinzufügen oder eben löschen. Es wird immer die unterste Farbe gelöscht. Ihr müsst euch dann auch noch entscheiden, welchen Typ ihr strickt, also ob ihr flach strickt, das heißt in Reihen, oder ob ihr in Runden strickt. Wie in diesem Fall Stricken in Runden, deswegen habe ich auch nur mit den Runden gearbeitet. Wildern in Reihen ist je nach Färbung eben auch möglich, aber nicht immer. Deswegen in Runden ist es tendenziell einfacher. Wir fangen mit meiner Mütze an. Ich habe diese vier Farben hier eingegeben, habe die entsprechende gezählte Maschenzahl hier eingegeben und die gesamte Maschenzahl der Mütze genommen. Der ersten Mütze ergibt 96 Maschen. Und wenn man das so sich anschaut und das mit der Mütze vergleicht, passt das für den unteren Abschnitt schon mal sehr, sehr gut. Man hat also immer diese beiden grünen Flächen, die sich jeweils, oder grünen Reihen, die sich jeweils etwas überlappen. Dazwischen hat man Stellen, die eben nur grau sind, das ist hier, und eben das Blau dann eben auch in so kleineren Flächen dazwischen. Man merkt bei dieser Mütze jetzt aber hier oben, dass es sich irgendwie verändert. Das Muster sieht nicht mehr aus wie hier unten. Die schwarzen Linien werden auf einmal durchgehend und ich habe dann auch nochmal entsprechend nachgezählt. Und zwar ist es so, dass in diesem oberen Abschnitt zwei Maschen mehr pro Runde nötig sind, um das gleiche Muster wie hier unten zu erhalten. Das ist aber nicht der Fall, deswegen versetzt sich das. Das zeige ich euch jetzt auch. Und zwar habe ich ich von dem zweiten Grün jetzt nicht mehr 14 Maschen pro Runde, sondern 16. Und wenn ihr dann irgendwo daneben klickt, wird es umberechnet. Und wenn ihr jetzt hier schaut, habt ihr diese äußeren grünen Linien, die sich immer durchziehen, die unteren grünen Linien, die sich immer durchziehen, und das Grau immer in der Mitte als durchgehende, wenn auch sehr schmale, Streifen. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich das noch zum Bildern bekommen. Dafür müssen wir, wie das vorher schon erwähnt, die Maschenzahl anpassen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich habe das jetzt in einem neuen Fenster für euch gemacht. Ihr passt einfach hier die Maschenzahl an, die ihr pro Runde braucht. Wir haben ja hier eben eine zusammengerechnete Zahl, die wir als Summe nehmen, die wir benötigen, damit es bildert. Und in dem Fall der zweiten Mütze habe ich eine Zahl genommen, die größer ist, als das, was rausgekommen wäre. Diese zusammengerechnet sind 81. Ich habe 84 genommen, weil das, weil sie groß genug sein sollte. Und jetzt könnt ihr hier schauen, dass es diese Kringelstreifen ergibt, die sie, die eben entstehen sollen. Das ist auch Wildern, aber im schrägen Sinne. Also das sind jetzt Kringel, gewilderte Kringel sozusagen. Wenn wir das Ganze jetzt wirklich direkt übereinander gewildert haben wollen, das heißt, gerade Säulen in einer Farbe, dann müssten wir für die Rundenzahl genau die Maschenzahl nehmen, die wir für eine Runde, für eine Wiederholung des Farbrapports brauchen. Und das würde dann so aussehen. Das heißt, in meinem Fall wäre dann die Mütze, wäre hier eben das Bündchen dran und danach würden die Farbstreifen gerade nach oben verlaufen. Das finde ich für eine Mütze jetzt relativ schlicht und relativ unschön. Deswegen habe ich mich für eben diese diagonalen Varianten entschieden. Aber man kann eben auch mit genau der gleichen Wolle, nur eben einen anderen Maschenzahl, das sind nur drei Maschen weniger, genau das Gleiche erzeugen. Und hier könnt ihr wirklich spielen. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch eine fünfte Farbe, das kann ja möglich sein. und diese fünfte Farbe ist meinetwegen pink und ist 18 Maschen breit. Dann schauen wir doch einfach mal, was passiert. Und dann müssen wir vielleicht einfach mal die Maschenzahl ändern. Dann hätten wir zum Beispiel sowas oder noch mehr. Dann machen wir mal 90 Maschen oder 100. Also da könnt ihr wirklich wild spielen und dann habt ihr zum Beispiel hier eben ein so schräg verlaufenes Muster. Das vereinfacht natürlich die ganze Arbeit, wenn ihr dann sofort seht, wie das Ergebnis aussehen wird. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Abschluss. Es gibt noch so eine kleine Sache, die man allerdings dazu sagen muss. Es gibt Garne, die werden für euer Projekt einfach schlichtweg nicht geeignet sein. Ihr möchtet, dass das unbedingt in einer Socke wildert ist, ist es manchmal einfach nicht möglich. Das ist das Garne, was ich euch am Anfang gezeigt habe mit dem vielen Schwarz. Es wird nicht so wildern wie hier. Es wird keine solchen Farbflächen in einem kleinen Sockenprojekt bilden. Das könnt ihr von Anfang an sagen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Was passieren kann in diesem Fall mit der schwarzen Wolle? Wie ich euch das auch vorhin schon erläutert habe mit diesen beiden Farbflächen, die übereinander fallen, könnte das jetzt passieren, dass diese Mütze dann insgesamt schwarz ist und ihr dann eine Fläche habt, in der ihr immer das Bunte habt und aber abwechselnd immer mit einer Reihe schwarz. In der Socke wäre das möglich. Das ist dann natürlich auch irgendwie eine Art Wildern, aber es ist eben keine komplett schöne Fläche. Da müsst ihr euch dann halt wirklich verabschieden von der Kombination und sucht euch, wenn ihr das zum Wildern bringen möchtet, eben ein Projekt aus, wo ihr statt 60, 64 Maschen eben zum Beispiel 90 oder der Original Socket hätte, glaube ich, 124 Maschen habt und dann würde das eben sich auch ganz entfahrend als Verhalten und dann hättet ihr die doppelte Maschenzahl und das Projekt würde auf einmal anfangen zu Wildern. Das ist, ja, sucht euch das passende Projekt zum Garn, wenn ihr schon ein Garn habt. Wenn ihr noch kein Garn habt, dann sucht euch möglichst eben diese Stränge aus, die gegenüberliegende Farbflächen haben. Das erleichtert euch zumindest bei Socken das Wildern. Bei Mützen braucht ihr nicht unbedingt zwei gegenüberliegende Farbflächen, und das seht ihr ja hier. Grün kommt zwar zweimal vor, die lagen auch gegenüber, aber wir haben eben blau und grau und haben insgesamt eben eine schöne wildernde Mütze. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei unserem kleinen Kall in meiner Facebook-Gruppe mitmacht, einfach mal ausprobiert, ob ihr das hinbekommt mit dem Wildern. Wenn ihr das nicht hinbekommt, ganz einfach dort mich fragen, gerne auch per Mail, wenn ihr nicht in Facebook seid, probiert es einfach mal aus, meldet euch, ob das geklappt hat, und wenn nicht, schickt mir einfach ein Bild dazu, und dann werde ich euch helfen können, was denn vielleicht bei euch die Ursache sein kann. Da finden wir, denke ich, eine Lösung, und ich würde halt auch jetzt kein festgelegtes Projekt sagen, ich werde die Anleitung zu dem Socket-Head nochmal verlinken, den kennen ja viele von euch schon, und das ist ein ganz einfaches Projekt, das man vielleicht für den Anfang nutzen kann, was ich noch dazu sagen möchte, bewertet nicht am Bündchen, wie das nachher auf der Mütze aussehen wird. Hier sieht das Bündchen genauso aus wie nachher das Projekt, also da kann man ja kaum einen Unterschied erkennen, hier kringelt es in sehr kleinen Kringeln, und danach fängt es an zu wildern. Also Bündchen immer außen vor lassen, linke Maschen verhalten sich anders als rechte. Kommt gerne mit in die Gruppe, macht gerne beim Kall mit, und postet auch gerne auf Instagram mit diesem entsprechenden Hashtag da drunter, J.Rusch, Wilder Along, genau so habe ich es genannt, und wenn ihr gerne weitere Videos von mir sehen möchtet, ich hoffe, es kommen auch noch mehr Tutorials und natürlich mein Podcast, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, alle anderen Infos stehen in der Infobox, da könnt ihr jederzeit reinlunzen, und dann war es das für heute. Ich wünsche euch viel Spaß damit, und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, Tschüss! Tschüss!